Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal eine Fahrradvorstellung. Ich habe mir nämlich ein neues Fahrrad geholt. Ich habe mir den roten Baron geholt von Feld. Feld macht leider keine Fahrräder mehr bzw. das ist ein Cruiser. Feld macht nämlich jetzt nur noch Mountainbikes. Von vorne schön großes Lenkrad. Der Sitz ist noch nicht eingestellt. Der muss noch gerade gemacht werden. Schöne fette Reifen. Mit Ständer. Ein richtig schön gemütlicher Sattel mit Federung. Das zeige ich euch jetzt gleich auch noch mal. Die Federung ist ein bisschen schräg, aber es ist halt gebraucht gewesen. Man kann das auch nachstellen. Da muss ich noch gucken. Hier oben steht auch drauf. Baron 2. Die Serie heißt Roter Baron. Ich habe das Modell Nummer 2. Beim anderen Modell ist da zum Beispiel das alles ein bisschen länger. Ich werde euch mal ein paar Links von Bildern reinsetzen in die Videobeschreibung. Wahrscheinlich, wenn ich die noch welche finde. Da ist auch Gebrauchspuren. Aber wie gesagt, das ist halt gebraucht, habe ich es gekauft. Das gibt es nicht mehr neu. Jetzt noch schöne alte Lampen vorne hinten ran. Am besten mit Batterie. Damit der schöne Oldschool-Look nicht zerstört wird. Das soll es jetzt soweit auch erst mal gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich finde es mega geil. Ich bin auch schon gefahren damit. Es fährt sich richtig, richtig gemütlich, richtig geil. Also können jetzt die nächsten Fahrradtouren kommen. Ich bin dann jetzt mal wieder weg. Ahoi, sagt euer Odin. Dann gehen wir noch mal einen Schwenk hier rüber. Odin! Odin! ORIGNSTEST